hallo herzlich willkommen zum neuen video frau Bremen und ich verwandt gerade in den Kino, Dünkerk, war gut? ja, ich schätze genau, also wenn ich euch einen Film empfehlen kann, Dünkerk ist der Hammer ganz wenige bekannte Stars, aber der Film ist geil und da Frau Bremen neulich geschimpft hat, als ich den Gold-Doc hier gegessen habe das ist kein Scheid schon mal servietten ok da hab ich gesagt, ok, gehen wir nach dem Kino nochmal dahin und da gibt es den, und zwar den Grilled Classic den Grilled Classic, wegen dem Gurken oder nicht? hmmm schwitze Film Musik von Hans Zimmer Hans Zimmer war zum Beispiel der Komponist von König der Löwen und ich kann ihn nur empfehlen, deshalb mache ich jetzt mal so einen kleinen Eindruck das ist eigentlich kein Burger-Video, kein Food-Slog das ist der Film, den ich euch aktuell empfehlen kann der war sowas von geil und der war nervenzerfetzen, stimmt's? mhm kein Gefühlsduselei wie bei, wie ist das nochmal, mit Ben Affleck Pearl Harbor jaaa sowas von Weiber, da muss immer irgendwas zum Knutschen und Lecken und sonst was bei sein Stöße oder Haftraut der war nur du und ich, aber nicht beim Pearl Harbor beim Kriegsfilm ach, schön wie die verbrannt sind auf dem Meer, ne? und wie die die erschossen haben und so so ruhig? wow so, wir genießen den Hotdog ich sag danke fürs Zuschauen sag tschüss tschüss guten Appetit tschüss 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 habt ihr verstanden und die sie fragen sich bestimmt das hat der thema als ihnen zu dabei gab die katonka politik mit einem kraftmesser also die kreditkarten der kreditkarten taschenlampe die wollen das wissen meine trufe 3 betonungsbleibar städtung der sarkobleibs jetzt aber tschüss